Hallo Leute und Herzlich Willkommen zurück bei ETA Du geht da Guten Tag So und heute lassen wir mal die Urheberrechtsgeschützte Musik weg Wahrscheinlich Die mach ich dann Ja War doch gut oder? Und dann kackt mich Phipps auf Youtube an, dass ich seine Musik verwende Nein! Der Moa ist raus! Nein! Wie jetzt? Ja... Bewerf die mit Hühnchen Alter wie viel fressen die von dem Zeug? Alter Ja da musst du Da musst du bald deine Orangendiät abbrechen würde ich mal sagen oder? Nein die Orangen Aichorpetal Ich weiß nicht wie die richtig heißen Lass mich raus Geht doch Die kann man nur zuviert stacken? Nee zu sechst Zu 64 ist wahrscheinlich Wow jetzt hab ich das Welt zerstört oh nein Hast du Aichorpetal? Was für ein Schwein Okay Ob du die hier hast Die hier Guck mal Die Nein die sind glaube ich auch ultra selten Die findest du in Dungeons Nein! Dann müssen wir in Dungeons Aber wir wollen ja sowieso in den Dungeons Dungeon! Dungeon! Wir wollen nicht in den... Nein der kackt ist eh wieder bei dir ab Nö Diesmal nicht Nö Nö Ich bin guten Gewissens Lass du dran Ja komm komm wir gehen wir gehen einfach Hast du alles was du brauchst? Das hab ich Ich hab Eier So So Das Holz nochmal wegpacken Damit wir ja nicht alles verlieren wollen Okay Gehen wir los YOLO Warte Ach egal ich weiß was Hier steht ein Hühnchen Hier stehen zwei Hühnchen Wow It's so fast Keine Ahnung wo wir hin Wollen wir nicht mal auf einen anderen Dungeon gehen Der ein bisschen näher ist in die andere Richtung vielleicht Das wär doch mal ein Plan alter Keine anderen Dungeon in der Nähe Natürlich Nein Das muss einen in eine andere Richtung geben Na geh 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 mal dahin du darfst dich dann porten Beziehungsweise ich darf mich porten Ja ich werd vorher abratzen Nein Doch Aber nein Doch Nein Was denn wollten wir nicht mitschieben Wo ist eigentlich mein Mein Häschen hin Das Häschen ist weg Das hab ich auch gegessen Du Börder Aua Nein Lass mich hin Ach scheißvieh Du holst mir doch direkt ein Dungeon Da kommen wir doch gut hin Wieso ist eigentlich der Shader aus und überhaupt Mecca 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 Ja echt Heute geht's echt nicht gut man Heute Mecca 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 Ach du scheiß Aber da komm ich nicht so rüber Okay ich port nicht Äh ich weiß grad nicht wo ich bin Ja YOLO Jetzt wird's ein Spyder nicht mehr Ach ich weiß wo ich bin Wui ich fliege Wolken Aber hier sind äh Keine Dings Ein Dungeon Ja dann gehen wir in die andere Richtung Da wo der Andere war und ich fliege Aua Verfickte Wolken Dün Ich überlebe das. So. YOLO. Ich habe meinen Kürbiskuchen, damit bin ich Boss, Alter. So. Alles gut, ich bin am Leben. Da oben kommt eine Wolke auf dich hinabgeschwebt. Nein! Was? Ich will hier runter. Ich will hier hinein! AAAAAH! Bei Herzen. AAAAAH! 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 Ich bin tot. Ich bin tot. 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 Ein halbes. Oh, zwei. Ähm, ich brauche Erde, Alter. Erde! So. Ja, dann mach dir Erde. Mach dir Erde. Au, au, au. Böse Wolke. Böse Wolke. So, jetzt kann ich jetzt hier unten raus. Gefahrlos. Sieh nach. Äh, ich bin nicht bei dir. Bleib doch da, bist du bei Herzen. Aber ich bei dir. Hast du dich in den Dungeoner? So. Äh, oh Gott! Ganz ehrlich! Nice job! Ich hab gesagt, warte doch. Nice job. Warum, Alter? Ich hab's dir gesagt. Oh, dann warte jetzt da, Alter, warte. Bleib genau da stehen. Wo du jetzt bist. Ich hab keine Ahnung, wo du gestorben bist. Nee, genau hinter dir. Komm schon. Porte mich. Hier ist ein Berg. Sogar nicht. Ist dir gestorben? Ja, hier. Ich bin direkt hinter dir gestorben. WTF? Wie weit bist du denn gelaufen? Hier oben ist der Berg, wo du dich hin teleportiert hast. Und hier bist du irgendwo runterge... Nein, ich bin da oben drauf irgendwo gestorben. Und diese Fickwolken, ne? Diese Fickwolken! Diese Ficker! So, hier liegt mein Zeug übrigens. Ähm. Alter. Alter. Es gibt heute gleich Wolkenragoo, so. Ja, bei mir gibt's, äh, gibt's Spaghetti, Boller und Mese. Ah, geil. Ah, okay. Bei mir gibt's irgendwas mit Reis. Keine Ahnung. Hrrr. Bin gleich wieder tot übrigens. Ich hab's mit Reis? Ah, ich hab's noch 14 Leben. Was? Milch mit Reis? Ja, Milchreis. Alter, ich könnte mal wieder Milchreis essen. Fällt mir grad so oft. Milchreis ist geil. Nee, davon hab ich letzt... Achso. Ich hab gedacht, du bist schon wieder gestorben. Nee, nee, ich bleib... Geh jetzt auf Nummer sicher. So. Nee, also Milchreis könnte man nicht mal wieder, ne? Und so. Echt mal wieder snacken. Ich hab nicht zu viel von mir gegessen, wollte ich sagen. Warum? Milchreis kann man nie genug haben. Natürlich. Nein. Och, vor allem mit Zimt. Boah, mit Zimt auch noch, Alter. Oh, geil. Milchreis mit Zimt. Milchreis oder Grießbrei oder irgendwas. In der Art. Grießbrei. Ja, ohne Scheiß, das ist auch geil. Grießbrei. Ja. Nein. Mit Zimt. Aua. Oh, danke, Wacke. Wo bist du denn? Bin gleich da. Bist du auf dem Berg da oben? Ah, ja, da bist du. Okay. Hey, baby, boy. Alter, so weit kann der Weg doch gar nicht gewesen sein. Du hast doch mega Umweg genommen. War ja auch nicht. Wir haben uns nur verlaufen. Oh, hier ist ein Hase. Hallo. Nase. Nein. Ich falle nicht. Okay. Alles cool. Teleportier dich. Nö. Mach ich nicht. Du teleportierst dich jetzt. Ich töte Wolken. Was ist denn eigentlich XP-Fall? Ich weiß es gar nicht. Hey, da unten steht Available. Oh, jetzt bin ich nicht der Gruppenleader. Jetzt kann ich dir keine Einladung senken. Ich bin da schon da. Dann bist du eh nicht. Wo bist du, ey? Wo ist der scheiß Dungeon? Unten. Unten. Scheiße. Ja, genau. Was hast du denn jetzt gemacht? So, okay. Send. Request send. Wo kann ich den annehmen? Request. Wolken, ne? Wo kann ich den annehmen? Unter Inventar Social Notifications. Warte. Äh. You. Die Kleinen. Geh, wir sind drin. Jetzt stirb nicht. Ich hab nicht vor zu sterben. Lass den Java nicht abkacken. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, Alter. Dann lass dein PC neu auf. Ja, nee, nee, weißt du, nee. Ich bin nicht so scheiße wie du. Warum scheiße? Bei dem alles kaputt geht einfach mal. Bei mir ging auch nicht kaputt. Du erzählst dir schon wieder Lügen, das gibt's gar nicht. Lügen über Lügen. Lüge, Lüge, das gibt eine Rüge. Vorsicht. Lügen über Kisten. Leer. Ne, hier ist alles drin. Ja, hier waren wir schon. Warum? So, dann geh ich mal links lang, mal gucken, ob hier was ist. Bist du runter oder hochgegangen? Ne, ich bin links lang gegangen. Ach ja, stimmt. Aber hier ist auch nichts. Nassi. Ja. Dann gehen wir nach unten. Untern, Alter. Aber es scheint zu gehen heute mal. Bitte? Und links? Ne, rechts. Da ist hell. Links, rechts, von hinten. Wie ist das? Rechts. Jawohl. Oh, Kisten. 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 Looting. Ah, ein Boa-Ei nochmal. Okay. Hier sind die Gegner, die ich besiegt habe. Hast du? Ja. Hast du? Hier ist noch einer. Hier ist alles schon tot, ja? Ja. Hier ist alles schon tot. Okay. Boah, ich gehe mal hier hoch. Ja, wir können ja nur da hoch eigentlich. Glaubst du ja nicht mit der Tür oder so? Ja, wenn wir genug Schlüsse haben, können wir auch durch die Tür. Aber ich glaube, wir haben nicht genug Schlüsse. Ne, wir haben noch gar keinen, wenn du oben rechts guckst. Oh, hier. Hier geht's weiter. Da geht's weiter. Ah, ist ja cool. Nett. Ach, pass auf, hinter dir. Hinter dir. Gisse. Nö, nö. Weil dein Cape lag, habe ich das gedacht. Nur kurz weggeflogen. Wenn du ein Zanitschwert findest, sag mir bitte Bescheid. Ich habe gerade nur ein Steinschwert mit. Alles klar, ich sage dir Bescheid, Alter. Wo ist ich hinter dir? Ja, was? Ja, sag ich doch. Ja, ich konnte nicht so schnell aus dem Ding kommen. Das Cape brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wer immer. Doch, wir nehmen alles mit. Naja, stimmt, wenn sie uns mal wieder verloren gehen. Ich habe schon eins im Moment. Alter, what the fuck? Oh, der habe ich nicht gesehen. Suizid-Schleime. So, bist hochgegangen, ja. Ja, aber hier geht's nicht weiter. Okay, dann. Gehen wir hier weiter. Ich sehe noch was. Geht's hier weiter? Nö. Hier geht's hoch, oder? Hier geht's hoch? Probe einfach mal. Ich gehe mal nach oben hier. Ja, hier geht's hier schon das Wetter zu gehen, irgendwie. Oder nee, warte mal, doch nicht. Scheiße. Okay. Geht's hier nur raus? Dann geht's hier nirgendswo weiter. Wollt das abbauen? Ja, ich weiß es nicht. Ah, hier kommt man auch nicht weiter. Oh, schöner Dungeon. Muss ich echt sagen. Geht's hier weiter? Vielleicht hatten wir den ja schon fertig. Nee, eigentlich schon nicht. Es gibt immer einen Weg. Wo bist du denn noch nicht gewesen? Ja, hier hinten geht's weiter. Hä? Ja, hier hinten geht's weiter. Okay. Oh, hier ist auch die Osttür, oder? Ja. Und Schlüssel. Okay, Helmer. Ah, lecken wir doch die. Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Ah, hier geht's weiter, ja genau. Oh, warte. Spawner! Ja, die hast du aber noch abgebrockt. Quack, 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 quack. Oh, die werfen. Oh, die werfen. Was werfen die denn? Flüssigkeiten. Dinge. Abgebaut. Meine Hose, Alter, meine Hose. Hose. Ich muss mir grad was essen. Merkst du was? Es ist noch nicht abgekackt. Oh, tatsächlich. Wenn man entspannt hier oben geht, weiter. Was eine Überraschung, oder? Ja, theoretisch so ein bisschen. Ja, hier geht's mir weiter. Ne? Ne, 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 ne. Gar nicht, oder? Ne? Oder sind wir andere Wege? Ne. Es gibt viele Wege nach Rom. Rom. Ne, hier geht's aber nicht weiter. Jump run. Ich mach weiter. Verdammt. Ja, dann gehen wir da zurück, und dann gucken wir hier weiter. Ne, guck mal, guck mal weiter. Ja, Vorsicht! Nein. Ach, die lassen auch diese Steine fallen, siehst du? Ja. Brustplatte. Achso, da ist noch, oh, hier ist ein Zanitschbezacker. Jetzt, oh, hier kommt glaub ich gleich ein Boss. Oder kommt die hierher? Ja, warte mal, warte. Ich hab ja noch einen goldenen Apfel, den ess ich grade mal. Warum ist hier kein Boss? Du ist Kohl-Digger, der Boss. Kohl-Digger, der Boss. Warte, was ist mit der Schallplatte hier? Einfach mitnehmen. Ja, natürlich. Yolo. Ich bringe doch alles mit. Yolo, Molo. Ja, mein Inventar ist voll. Echt? Die einfach alles looted hier. Der Looter King. Ne, ich bin hier nicht der Schlingel01. So. Was haben wir hier? Oh, ein Zerniedring, das ist gut. Ich bin hier nicht der Looter01. Brauchst du ein Zerniedring? Ich hab's grad einen gefunden. Yo. Nice. Das hat mir nicht mehr Schaden gemacht, Alter. Absorption. Achso, ich hab einen goldenen Apfel gegessen, deswegen macht mir das keinen Schaden, okay? Ja, hier geht's nicht weiter. Nicht weiter. Lö. Wo geht's denn hier? Lö weiter. Lö weiter! Einfach alles spawned vor deiner Nase, Alter. Need have. Lö weiter? Oh ja, tatsächlich. Da geht's weiter, ja? Geht's mal weiter. Hier ist mal rechts. Mach's gar nicht geradeaus. So, warte mal. Kann man abbauen hier. Eh. Das. Hier ist noch goldenen... Hier ist noch goldenen Gummy Sweat, okay? Geht alles. Ja, what the fuck? Was ist denn los? Ja, tausend Monster hier, Alter. Ja, du hast doch noch fast volles Leben. Seh ich doch, jetzt hast du volles Leben. Aua! Du wirst noch explodieren. Du wirst noch explodieren. Du wirst doch überall Autotune. Einfach mal explodieren. So machen das die Leute von heute. Die Leute von heute? Die Leute von heute. So können wir hier jetzt noch so ein Scheißding mitnehmen. Geht hier ab. Hier glitzt auf jeden Stab. Ach, hier kann man wieder raus. Glitzer, Feen, Stab. Hier geht's weiter. Warte. Schneller, schneller! Warte! Sprung in den Tod. Ne, geht's hier weiter? Ne. Schade. Du bling das, äh, Kuhn. Du bling das so ein Alter. Wo bist du langgegangen schon alles? Überall? Das wird so... Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, dass ich hier überhaupt... Ah, da hinten ist noch ein Spawn. Iso, ja, Iso, ja. Ah, hier geht's auch weiter, glaube ich. Hallo, hallo. Danke, dass du mir geholfen hast. Bitteschön. Ich ff dich gerade so. Ne, tust du gerade irgendwie nicht. Anstatt den Spawner erst abzunehmen. Ne, das ist ja völlig überbewertet. Ups. Ja. Internet Server Error. Alter, nein. So, ich glaube, wir haben noch die Folge voll. Jo, 15 Minuten. Nein. Ich kann doch mal gucken, ich glaube, der Server ist abgeschmiert. Nein. Ähm, kleinen Moment. Guck mal. Ich kann das ja mal hier einblenden, so live quasi. Stimmt, du bist bei mir noch im Spiel. Geht der Server wieder? Ne. Du bist... Das Crash Report has been saved to games. Blablabla. Jo, seht ihr, ne? Könnt ihr euch jetzt, könnt ihr euch jetzt den Code hier durchlesen. Vielleicht gibt es ja ein paar Leute unter euch, die das verstehen. Ich verstehe es nicht. Ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und, ja, und schüss und so, ne? Macht's... Tschüss. Haut rein. Ja, und so. Verstehen Sie. Auf Wiedersehen. lifehга- Vielen Dank.